Bei dieser Achterbahn kannst du per Knopfdruck am Bügel abstimmen, ob du vorwärts oder rückwärts fahren möchtest. Die Mehrheit gewinnt, die Warteschlange teilt sich in der Station auf zwei Seiten auf, die linke Seite fährt immer vorwärts und die rechte Seite stimmt ab. Wer muss unbedingt mit dir ins belgische Bobianland, um mit dieser Achterbahn zu fahren?